Nein! 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 Hätten wir ihn retten können? Nein! Nein! Hm. Ich probiere das noch mal ein, zwei Mal. Das könnte... Mit ihm haben wir ja jetzt schon gequatscht. Oh, er lebt noch. Ja, ist feindlich. Schade. Vielleicht auch nicht, wir gucken mal. Was? Ja, ist feindlich. Schade. Die bleiche Klinge. Schade. 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 Hm. Ist eigentlich nur ein Nordschwert, ne? Ja, ist... Ist eigentlich ein Unique. Nehmen wir mal mit. Schade, dass man... dann tatsächlich nicht irgendwie... naja. Ich habe ihn jetzt tatsächlich... ja, geschafft zu retten, wenn man so will. Aber er geht halt trotzdem aggro. Ist... doof. Wir laufen immer noch eine kleine Runde. Vielleicht finden wir noch was. Aber... Ich zweifel das gerade. Oh, Ruhe. So viel dazu. Moment. Dafür haben wir noch extra unser Equip. Ja. 60% Feuerresistenz. Sehr schön. Ihr müsste wahrscheinlich auch noch mal irgendwo... Also behaupte ich jetzt mal in meinem Leichtsinn. Hier kann ich nur irgendwo so ein Nordaltar stehen. Mit einem Drachenwort. Das ist doch so typisch, oder? Ah. Da oben. So wie es aussieht. Was ist hinter dem Wasserfall? Hm. Diesmal nichts. Klatsch. Wir gehen da gleich hoch. Ich... Ich... Ich höre es schon. So. Ich möchte hier nochmal ganz kurz gucken. Das war mir jetzt ein Bedürfnis. Diese drei Gold. Die dürften hier nicht versauern. So schnell kommt hier jetzt tatsächlich keiner mehr rein. Gehe ich mal von aus. Sollte jetzt eigentlich ruhig sein. Boah. Nie will wann. Alter. Du bist so besoffen um die Treppe hoch zu gehen. Oder was? Na was bekommen wir denn Feines? Eis... Eisform. Cool. Hm. Klingt auf jeden Fall... Spannend. Und frostig. Hm. Noch eine zweite Truhe. Sehr schön. So. Das war jetzt nicht so verkehrt. Kommen wir eigentlich jetzt Level ab. Das sieht so aus. Aber ich glaube wir sind kurz davor. Ne. Wir haben eine neue Stufe. Ausdauer. Ähm. Ausdauer. Ähm. Zusatzeffekt. Das will ich haben. Ich fühle mich. Was甄' Das ist alles. Was ist das? Ich fühle mich. Okay. Ich fühle mich. sehr schön da oben das aufjab wer weiß wen wir übersehen haben ich bin gerade verjagt hier quatscht da noch jemand hä wo ist der typ da was verdammt ja hast doch recht hä den habe ich vorhin gar nicht gesehen im schatten wo ich hier rein und wieder raus bin er mich anscheinend auch nicht ok der war gut getarnt was solls so der schwarzdorn ist wahrscheinlich längst weg ich frage wie sieht es mit der quest aus haben wir da noch irgendwas oder ist die jetzt weg die die bleiche für sind es erledigt ok so die dame schwarz sonne ist anscheinend weg festung dunstert da könnte man eigentlich auch mal hinbegeben so ich habe hier so eine hütte oder so schlecht da oben noch mal noch mal mit dem pferd wäre das kein problem könnte hier 90 grad berg hochlaufen so in etwa aber so aber so ist jetzt eher ein bisschen schwierig so 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 Die haben sich hier gegenseitig über den Haufen geschoben. Der Körper der Wehrwölfe? Okay. Tja, kaputt. Das Festung gendünstert. Oh Gott. Hm. Ich denke, es ist nicht wieder ausgewichen. Ich denke, es ist kein Zielwasser mehr. Deswegen geht es erstmal gen Weißlauf, wenn ich es jetzt finde, auf die Schnelle. Äh, hallo Weißlauf? Da. Da. Und dann moderiere ich gleich mal ab. Oh, du bist ein bisschen was geschafft. Oh, Entschuldigung. Hm. Kind. Hi. Ihr seid zurück. Ja. Lasst uns was spielen. Oh. Ja. Was willst du denn? Was wollen wir spielen? Äh. Verstecken? Gut. Ihr bleibt hier stehen und zählt bis 10. Und nicht vorher schauen. Bereit? Dann los! Tschüss. Tschüss. Bereit ist ganz schön gemein. Sie bestimmt immer was... Die ist ja auch breit. Äh, breit. Entschuldigung. Die säuft zu viel. Was soll ich machen sollen? Ich will nicht... Papa! Äh. So. 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 Ich will abmoderieren. Da geh ich jetzt mal spielen. Damit mir keine Ahnung ist. Keiner zwischenquatscht. So. Immer dieses Gezicke. Ist ja furchtbar. So. Lange Rede kurzer Unsinn. Wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Teilt das Video. Abonniert, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vergesst das Glöckchen nicht. Das hilft mir alles sehr. Das freut mich. Ihr werdet informiert wann neue Videos rauskommen. Und naja. Alles drum herum was dazu gehört. Ähm. Bei Fragen, Anregungen schreibt mir was in die Kommentare. Alles wichtige zu mir und zu Skyrim wie immer natürlich in der Video Info verlinkt. Kurz mehr Anzeigen klicken, da habt ihr was ihr braucht. Und ähm. Joa. Ansonsten wünsche ich euch wie gesagt nur das Beste. Wir sehen und oder hören uns bei der nächsten Runde Skyrim. Oder gerne auch bei anderen Projekten. Also bis dato reingehauen.